G-Portal, so geht's, Server! Ja, kann ich am Dienstag nicht und deswegen machen wir morgen, also am Montag und vielleicht dann nochmal in der Woche, sobald es mir halt wieder besser geht. Ihr wisst ja, letzte Woche wollte ich eigentlich auch noch eine Session machen, eine zweite, aber ich bin dann halt krank geworden und bin immer noch ziemlich angeschlagen, deswegen hat das letzte Woche nicht geklappt, aber ja, es geht bergauf, Medikamente helfen gerade und ja. Ja, ähm, noch dazu für die Leute, die gerade nicht mitspielen und vielleicht doch noch gerne würden, ähm, zwei, drei Tribes haben aufgehört, weil sie nicht genug Leute zusammenkriegen, beziehungsweise, ähm, ja, sie wahrscheinlich etwas jünger sind und einmal abends nicht so lange können und deswegen haben die aufgehört, haben sich abgemeldet und deswegen ist jetzt wieder Platz für zwei, drei neue Tribes, also wer noch Bock hat einzusteigen, das Projekt ist zur Hälfte rum, ich hab ja gesagt, bis zum Release, ähm, von der Primitiv Plus geht die Staffel und ich wollt's jetzt einfach so machen, ähm, wir machen jetzt ein paar mehr Sessions noch, ich versuch's irgendwie hinzukriegen, ähm, also habt, lohnt sich's, wie gesagt, noch für euch, wenn ihr jetzt einsteigt und denkt, äh, lohnt sich gar, die sind alle schon voll weit weg, äh, und können uns voll platt machen, ich würde euch, äh, Raidschutz geben, für die zwei, drei neuen Tribes, die anfangen, äh, einfach ums gerecht zu halten, ihr könnt euch kurz aufbauen und, äh, dann kriegt ihr auch ein Artefakt, ich habe letzte Session, am Ende der letzten Session die Artefakte verteilt, ohne zu viel zu spoilern, aber ist ja nicht schlimm, ähm, ich hab ja gesagt, die werden irgendwann verteilt und jetzt haben die Tribes, wie gesagt, noch Zeit bis zum Release der, ähm, Primitivität, Primitiv plus, ja, die meisten Artefakte zu arrayen und wer zum Schluss die meisten Artefakte hat, der gewinnt und ein, zwei Tribes haben jetzt auch von den bestehenden, äh, drauf verzichtet, die wurden, äh, ja, schon geradet, haben jetzt keine Verteidigung mehr und, ja, hätten keine Chance zu verteidigen, finde ich ganz gut, dass sie gesagt haben, nee, gib uns lieber keins, aber ich hab jetzt so, ich glaub, sieben Stück verteilt, ähm, da wird nächste Session also morgen gut das Gerade losgehen, denn, wie gesagt, wer die meisten Artefakte hat, der gewinnt, ja, dann bin ich gespannt, äh, wenn ihr Bock habt mitzumachen, wenn ihr noch Tribes habt, dann meldet euch im TS, ähm, bei mir oder Sabrina, wie auch immer, oder geht in den Brauche-Hilfe-Channel, da kommt auf jeden Fall jemand und hilft euch und dann, äh, könnt ihr mitspielen und kriegt Raidschutz für eins, zwei Sessions oder so und, äh, könnt noch mitmischen, ansonsten, ja, wünsche ich allen viel Spaß, einen schicken Sonntag und wir sehen uns dann morgen, 19 Uhr zur Session, bis dahin, macht's gut, ciao!